Achso, lol. Ich wollte gerade sagen, warum schießt der mich ab? Es ist immer noch kalt. Okay. Um... Damit es mal ein bisschen heller ist. Weil es kalt ist, werden morgen früh keine Menschen unterwegs sein. Jetzt, wo die Menschen nicht rausgehen dürfen, gehen sie das Recht raus. Was ist das? 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 Ja, ich achte, wenn ich kratze, achte ich schon drauf, dass ich nicht das Tattoo erwische. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ein kleines, sehr scharfes Instrument. Ein Skalpell. Aber warum? Die Wunde ist zu klein, um zu bluten. Und es gibt Anzeichen einer Schwellung. Der Mörder... Ich glaube, er hat eine Trachiotomie gemacht, damit das Opfer nicht zu schnell stirbt. Ich finde, ehrlich gesagt, den Doktor ein bisschen verwirrt. Ein bisschen, ähm... Skurril. Ja. Eine tiefe Wunde auf der linken Thorax-Seite und eine Narbe über die ganze Länge des Abdomens. Untersuchen wir die Wunde im Oberkörper. Ja, das Herz wurde rausgeschnitten und die Wunde verätzt. Augenblick mal. Da ist noch was. Ein Ei, ein Amphibienei von einem Salamander. Versenkt aber intakt. Ich habe zwar ein paar Herpetologie-Vorlesungen gehört, aber ich wüsste nicht, dass Amphibien zur Eiablage Leichen benutzen. Entweder lag Professor Koch an fürchterlich daneben, oder dies ist das Werk unseres Mörders. Sieh dir die Narbe an. Lange, dünne Wunde. Eine Inzision. Aber die Ränder sind ausgefranst. Das heißt nichts. Schau, keine Schwellung, keine Hämatome. Eine alte Verletzung, vielleicht ein Arbeitsunfall. Öffne die Bauchhöhle. Vorsicht, es wird nach Verwesung stinken. Ich habe mal bis zum Bauch in der Jauche gegen einen Zeugel gekämpft. Da bezweifle ich... Halt! Das riecht nicht nach Verwesung. Formaldehyd. Eine medizinische Neuheit. Stark verdünnt dient es der Konservierung von organischem Gewebe. Weniger verdünnt ist es ätzender als Säure. Das würde erklären, warum keine Verwesung zu riechen ist und warum seine Kehle verätzt ist. Sieh dir die Hände an. Diese Striemen. Die stammen von einem Strick nicht. Er war gefesselt. Das ist anzunehmen. Anders hätte man ihn ja nicht foltern können. Sprichst du aus Erfahrung? Ja, aus der eines Opfers. Ich habe ein Jahr in den Kackern von Dreiberg verbracht. Lange Geschichte. Vielleicht ein andermal. Siehst du die Schwiele? Unser Zwerg hat einen Ring getragen. Den hat jemand abgenommen. Hast du an seinen Beinen was Interessantes festgestellt? Sein rechter Fuß. Der Knöchel ist geschwollen. Die Zehennägel sind abgebrochen. Er hat offenbar hart zugetreten, bevor er abgetreten ist. Das scheint mir nicht der passende Moment für Scherze. Tut mir leid. Als Chirurg hat man andere Empfindlichkeiten. Mhm. Und einen anderen Humor. Seine Genitalien. Die sollten wir untersuchen. Ich bezweifle stark, dass die was mit der Sache zu tun haben. Mal sehen. Runter mit seiner Hose und dann... Oh Scheiße. Syphilis eher. Frühes Stadium. Kein Zeichen von Diffusion. Könnte da ein Zusammenhang. Höchstens als mögliche Motivation des Mörders. Also gut. Ich glaube, ich weiß genug. Dann erleuchte mich. Ja, der Punkt war halt da. Ich habe nämlich keine Ahnung, worum es hier geht. Da wäre es wichtig sein können. Was das Motiv sein könnte. Tut mir leid, aber ich möchte meine Folgerungen vorerst für mich behalten. Verstehe. Laufende Ermittlungen. Sagst du mir wenigstens, was du jetzt vorhast? Diese Spur sollte verfolgt werden. Weißt du, wie er hieß? Fabian Meyer. Und ich bin Hubert Drake, der Leichenbeschauer. Ich wollte die Autopsie vornehmen. Aber du hast sie schon erledigt, Joachim. Wie immer mischst du dich ein, wo du weder erforderlich noch erwünscht bist. Und bringst dabei andere in Schwierigkeiten. Wer ist das? Ein Student. Ein Lebenslänglicher. Mit einigen Fragen. Dann raus damit. Aber beeil dich. Hochwürden Nathaniel kommt zur Inspektion. Er müsste bald hier sein. Ihr seid alte Freunde. Hubert hat mir die Grundlagen der Medizin beigebracht. Vor langer Zeit. Und nicht sehr erfolgreich. Bestimmte Prinzipien hast du immer noch nicht verinnerlicht. Beispielsweise, dass ein Arzt die Kranken behandelt und nicht die Welt rettet. Du hast dich gar nicht verändert. Ein Kompliment? Nein. Eine Tatsache. 30 Jahre. Und kein bisschen verändert. Er sieht ein bisschen zu jung aus eigentlich dafür. Wo wurde die Leiche des Schnitzers gefunden? Das ist wichtig. Willst du Nachforschungen anstellen? Aufregend. Er ist in seiner Werkstatt gestorben. Südlich des Marktplatzes, gleich neben dem Tor nach Ferneck. Da wurde auch die arme Bardin angegriffen. Die ganze Stadt spricht davon. Aber der Schnitzer, Eustachius, der Leichensammler, hat uns die Leiche gebracht. Mit dem solltet ihr reden. Ich habe ihn eben um die Ecke gesehen bei... Oh, meinen Gruß, Hochwürden. Wer sind diese Leute? Ich dachte, ich hätte klargemacht, dass niemand eingelassen werden darf. Unter keinen Umständen. In der Tat. Aber das sind Freunde des Verstorbenen. Gekommen, um die Leiche zu holen. Ausgeschlossen. Bring sie sofort raus. Wie Hochwürden wünschen. Meine Herren, kommt bitte mit. Ihr werdet... einen anderen Weg nehmen. Warum hast du uns gedeckt? Ich habe nur meinen eigenen Hintern gedeckt. Wenn Hochwürden Nathaniel erführe, dass jemand in die Leichenhalle spaziert ist und ohne Erlaubnis eine Leiche geöffnet hat, bekäme ich große Schwierigkeiten. Aber daran hast du nicht gedacht, Joachim, was? Wie immer. Tja. Eure Mutwilligkeit gefällt mir zwar nicht, aber auch ich will diesen Mörder hängen sehen. Wenn ich also etwas Neues erfahre, lasse ich es euch wissen. Hm. Danke. Nathaniel. Wer ist das? Ein Halunke. Ein Bastard. Wie jedermann, der die Robe des ewigen Feuers trägt. Die meisten sind Halunken, bevor sie die Robe anziehen. Das trifft auch auf Nathaniel zu. Bevor er die Robe trug, war er Folterer. Vor allem auf Frauen spezialisiert. Später hat Hierarch Hemmelfahrt ihn beauftragt, die Leichenhalle zu leiten. Er spricht sich mit der Tempelwache ab, überwacht Einäscherungen, hält Begräbnismessen im Tempel auf der Insel ab und so weiter. Hm. Traumberuf. Warum sagst du nicht, dass du den Leichenbeschauer kennst? Wir hätten uns die Kanalisation sparen können. Ich kenne ihn. Darum gehe ich ihm aus dem Weg. Genug davon. Ich entscheide, wann ich von einem Thema genug gehört habe. Was verbindet euch miteinander? Alte Geschichte. Wenn du darauf bestehst. Die Studentenproteste 1242. Hast du von denen gehört? Ich habe sie angeführt. Hubert verriet mich an die Behörden. So landete ich im Kaker. Jetzt weißt du es. Was hast du jetzt vor? Es gibt zahlreiche Spuren. Die Werkstatt des Schnitzers, den Leichensammler, der ihn gebracht hat, die Gasse, in der Priscilla überfallen wurde. Ich habe einiges zu tun. Ich auch. Im Hospital. Ich muss zurück. Aber ich drücke die Daumen. Und ich behalte dich im Auge. Ein Autosie in einem Spiel hat was. Das stimmt. So. Ja, war klar, dass die Quest jetzt schon wieder nicht markiert ist. Jetzt wäre ich schon wieder falsch gelaufen. Finsternis. Überall Finsternis um mich herum. Verdammte Banditen. Man kann nicht mehr auf die Straße raus. Wo haben sie wenigstens kennengelernt. Bist du Eustachios, der Leichensammler? Woher weißt du das? Weil du gerade Leichen am Sammeln bist. Du hast Fabian Meyer in die Leichenhalle gebracht? Fabian? Fabian? Ach ja, richtig. Keine Augen, kein Herz. Einer von denen, oder? Auch keine Börse, wenn ich mich recht entsinne. Einer von denen? Gab es also noch mehr solche Leichen? Oh ja. Bettler, Gassenjungen, Bordsteinschwalben. Eine davon war so stattlich, dass ich sie in Teile schneiden musste, um sie auf den Karren zu kriegen. Schlüpfrige Schnöpfe nannte man die wegen... Über manche Dinge schweigt man besser. Was ist mit den Einzelteilen passiert? Habe ich jetzt darauf geachtet? Hochwürdender Daniel hat angeordnet, dass sie verbannt werden. So eine Schande. Schande? Warum? Ach, schon gut. Noch etwas, worüber man besser schweigt. Du hast Fabians Leiche durchsucht? Naja, ich habe vielleicht einen Blick in seine Taschen geworfen, damit nichts umkommt. Nennen wir die Dinge beim Namen. Du bist ein Fledderer. Gut. Nennen wir sie beim Namen. Das geht dich einen Scheißträger an. Was bist du? Ein Steuereintreiber? Verpiss dich, Mutant! So wild bist du aufs Geld? Na schön, hier. Jetzt rede. Was hast du gefunden? Nur Tant und Schnickschnack. Einen Ring mit Glasperlen, ein paar Münzen, einen Brief. Schau, aus erstklassigem Pergament. Ich wisch die Schrift ab und verkauf's als neu. Das ist Menschenhaut. Priscilla, der Name des nächsten Opfers. Wenn du dies der richtigen Person gegeben hättest, wäre ihr vielleicht nichts passiert. Was zur Hölle kümmert mich irgendeine Priscilla? Haben wir nicht genug Frauen in der Stadt? Geh mir aus den Augen. Sofort. Oh mein Gott. Es gibt schon merkwürdige Leute. Nicht nur in der realen Welt, auch im Spiel. Das ist schön für dich. Das ist schön für dich, dass du das weißt. Was ist schön für dich? Ich habe von dir gehört. jemand da verschwinde oder ich lass die hunde los fetzer striegel bei fuß schon gut ich bin wegen fabian meyer hier ich suche den mörder das ist dann wohl was anderes sitz dommel tönen platz komm rein langsam sonst beißen sie wirklich niedlich die burschen spinnst du sogar mir machen sie angst aber besser bellende hunde als böse männer auf der schwelle dachtest du an jemand bestimmtes natürlich und das schwein das fabian getötet hat als sie seine leiche abgeholt hatten bin ich sofort zu einem freund gelaufen der kampfhunde züchtet habe diese beiden kollegen gekauft musste ganz schön was springen lassen aber wenigstens schlafe ich ruhig wer bist du denn eigentlich der bruder des verblichenen muss heiße ich wir hatten zusammen eine werkstatt meyer und meyer und jetzt heißt sie nur meyer nein mann ich mach sie dicht sobald ich einen käufer für die hütte finde gehe ich zurück nach mahakam und zu meiner familie oder was davon noch übrig ist also was willst du wissen was kann ich dir über fabian sagen hatte dein bruder feinde mochte ihn jemand nicht wurde er vielleicht bedroht nein eigentlich weiß fabian der so eine mädel einmal gedroht hat er war ein guter zwerg und ein hervorragender handwerker aber auch ein unverbesserlicher hurenbock wann immer wir etwas geld hatten ich wollte davon werkzeug und gutes holz kaufen aber er schnappte sich immer die börse und ging zu den huren auf eine hat er es besonders abgesehen er setzt ihr zu rief es ist alles deine schuld du menschenschlampe und warf ihr noch andere obszönitäten an den kopf ich weiß nicht was das sollte vielleicht waren sie verliebt weißt du wo ich sie finde diese schlampe stadtfriedhof sie ist vor ein paar tagen gestorben einfach so im schlaf ein fieber hat ihr zuhälter gesagt sagt mir was du über den mord weißt ausführlich und in der richtigen reihenfolge es war so ich habe aus ochsenfurt zurück und seine rauchwolke über der stadt ich dachte schon mist ich verpasse wie sie eine hexe verbrennen aber der rauch kam nicht vom platz des hierarchen sondern von hier siehst du die rußflecken da sind unsere skulpturen verbrannt die leute versammelten sich um das feuer und fanden fabian hier daneben als ich eintraf hatten sie ihn schon auf einen wagen geladen hast du mit den nachbarn gesprochen haben die was verdächtiges gesehen oder gehört angeblich nicht aber selbst wenn sie hätten nicht geholfen die nur wie gerade machen selbst um blutende weisen kinder einen großen bogen damit die schnabel schuhe sauber bleiben was soll sie da ein zwerg scheren gut wir haben genug geredet ich muss mich umsehen sei mein gast aber pass auf die hunde auf hallo wie geht's dir ähm 19 glaube ich blutflecken hier wurde fabian gefunden statuen der alten götter nur frauen von der krowigen sorte der mörder hat was schweres geschleift über den boden dazu oder eine leiche zu anderen mehrmals er noch irgendwo was rotes da ist noch was rotes darf ich mal in die werkstatt ich habe da nicht einmal reingeguckt seit sie fabian gefunden haben aber ich lasse dich rein wenn du willst ja ja aber das haben wir öfters hier schon leider noch mehr blutflecken aber nicht so viele als dass er daran verblutet wäre außer die möbel wurden umgeworfen das hier sieht nach einem tritt aus na hallo ja jetzt untersucht das deutlich total verwest hier gibt es nichts interessantes was gestern auch angefangen es gibt ja es gibt schlimmer statt stimmt nichts ist so schmerzhaft wie das leben hey hexer der leichen beschauer will dich sehen noch ein opfer ich soll dir sagen dass die vordertür für dich offen ist du sollst kommen so schnell du kannst ja aber erstmal muss ich hier die eine feuer schale zu dieser jahreszeit eine feuer schale nein die wollte ich nicht ich wollte das da den geruch der rs formel der soll ich das wissen beobachtet ihn wir werden sehen wollen die mich verarschen ich hab doch gar nichts gemacht man was soll das ich will doch nur hier gucken was hier passiert ist die idioten du meinst wohl du kannst mich auch aufschlitzen was schieb sie in den arsch du irrer huren können auch kämpfen ganz ruhig ich tue dir nichts was machst du hier rache üben was glotzt du denn weißt du nicht dass mörder immer an den schauplatz des verbrechens zurückkehren meine brüder und ich werde ihm einen gebührenden empfang bereiten für priscilla fast hätte er sie erledigt ich weiß ich bin hier um nach spuren zu suchen und mit allen zu reden die etwas wissen können ich kann dir nicht groß helfen fürchte ich aber ich kann dir sagen was ich weiß was ist das für eine frau sieht sie die doofen typen an gestern war es noch was weiß ich was du meinst hat es ja für die switch ja weil das wird es hat die qualität natürlich nicht so gut nein aber sie hat nicht nur eine dumme in mir gesehen das war schon was ich wollte die hoher rei aufgeben und war anständiges machen aber niemand wollte mich einstellen als wäscherin nicht als dienerin nicht als köchin nicht nur priscilla war anders sie hat mir angeboten mich in ihrem stück zu besetzen weißt du viele schauspieler hatten angst vor ihren scherzen über das ewige feuer lispel lotte auf der bühne kannst du dir das vorstellen der traum ist ja jetzt ausgeträumt ich stehe wieder an der straße das tut mir leid es könnte auch schlimmer sein das sag ich mir jedenfalls warum hat die da so viel ruch auf den wangen priscilla war nicht das einzige opfer ist dir das klar mein lieber natürlich ist so was er nicht erst gestern begonnen ach so ja jetzt jetzt ja jetzt weiß ich was mal hier gibt was drauf menschlicher abfall so nennen uns die wachen erinnerst du dich an namen sie hatten keine richtigen namen platze locke backe so wurden sie genannt keine freunde keine familie die leichen sind schon lange verbrannt ich muss mich noch etwas umsehen wäre nett wenn ihr mich nicht stört versteht sich wir halten uns zurück aber wenn du hier noch etwas findest sagt es uns mir dröhnt der schädel der fußabdruck eines mannes vielleicht des mörders es lag gewicht auf der ferse er hat einen schritt nach hinten gemacht menschlich von priscilla der mörder ist geflohen bevor die wachen kamen hier entlang hier enden die spuren seltsam diese mauer würde nicht mal nicht schaffen hast du ein problem ist der denn dann hier rausgekommen überall finsternis um mich herum über fünf dann ist so leid ist er bitte dann die mauer da hoch und wie liefst mit diesem heiler ich bin gelaufen hat mich um meine eigene post gegenüber diese predigten rum die stadt nur verlassen können willkommen meister hexa so dann gucken wir mal gerald nicht gut dass du hier bist ich habe mit der autopsie auf dich gewartet nett von dir von meinem letzten besuch warst du ja nicht begeistert weil du unangekündigt und in unpassender gesellschaft aufgetaucht bist außerdem war hochwürden nataniel im anmarsch unser geistlicher hat die stadt in einer wichtigen angelegenheit verlassen und ich weiß wer du bist und was dich antreibt ich helfe sehr gerne bei deinen nachforschungen von graz hat mir alles über dich erzählt zweifellos hast du erfahren wie ich den edeln anführer der studentenproteste in den kerker werfen ließ aber hast du auch gehört dass die proteste alles andere als friedlich waren oder hat er das zu erwähnen vergessen es sind leute gestorben hexa wer freiheit gleichheit brüderlichkeit ablehnte lag morgens im rindstein die kehle mit klinischer präzision aufgeschlitzt joachim war mein lieblingsstudent aber ich musste doch etwas unternehmen also zeigte ich ihn an dann verließ ich die universität und nahm die stelle in der leichenhalle an dort kümmert meine vergangenheit keinen joachim hingegen die ironie des schicksals jahre später wurde er leiter der station die ich gegründet hatte ob ich in bayern bin wegen den religiösen zetteln doch nicht dass das hier bayern ist oder ahm wieder nach oben sanguin hallöschön wie geht's dir genau das habe ich mich eben auch gefragt 50 60 53 glaube ich warum fragst du du siehst reichlich jung aus um sein lehrer gewesen zu sein kein wunder ich lebe seit jahren im kalten und dunklen und atme balsamierung ganz schön weh wenn ich irgendwo gegen komme die arbeit mit leichen verlängert das leben amissant nicht ja aber trotzdem siehst du viel zu jung aus wer ist diesmal das opfer joris aquinus ein theologie dozent an der universität von oxenfurt wurde heute früh in seinem haus gefunden aus seinen büchern hatte man einen katafall gebaut waren irgendwelche besonderen titel dabei offenbar handeln alle bände vom ewigen feuer es sind traktate die sich kritisch mit den glaubensdoktrinen befassen ja todsünde in novigrad du magst nathaniel nicht wer mag den schon er ist grausam und unberechenbar einmal kam er hier reingestürmt griff sich das skalpell das sich gerade sterilisierte und schnitt mir in den rücken bis auf den knochen weil ich vergessen hatte den lagerraum zu versperren es ist nicht leicht so jemanden zu mögen meinst du nicht auch schnitt mir im? ja